Das Coronavirus hat in den vergangenen Jahren bereits unser aller Leben verändert. 2022 kommt die Energiekrise hinzu und sorgt dafür, dass wir höhere finanzielle Aufwendungen im privaten Bereich erleiden müssen. Aber auch der Sport leidet massiv darunter und steht schwierigen Monaten gegenüber. Denn auch hier geht es nicht nur um die Betriebsaufrechtserhaltung, sondern vor allem die Vollziehung über die Wintermonate. Und dazu habe ich jetzt im Studio den Bundessportorganisationspräsidenten der Sport Austria, Hans Niesl. Vielen Dank fürs Kommen. Gerne, schönen Tag. Jetzt haben wir die Pressekonferenz vor wenigen Tagen schon so ein bisschen mitverfolgt. Ich glaube, der Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist, es ist fünf vor zwölf. Ist es fünf vor zwölf oder ist es bereits zwölf in Ihrem Augen? Es ist bereits drei vor zwölf und es besteht akuter Handlungsbedarf. Die Energiepreise steigen, die Vereine sind immer mehr belastet und wir brauchen als Sofortaktion auch von Seiten des Sportministers und der Bundesregierung eine Energiepreisbremse für den Sport. Es können ansonsten Hallen nicht geöffnet werden, ob das Tennishallen, Schwimmhallen, Eishallen sind, alles sehr energieintensiv, die nicht geöffnet werden können. Es haben viele Vereine, die Outdoor-Fluglicht haben und das sind zigtausende Vereine, die haben zusätzliche Kosten, nämlich Fluglichtkosten, Beleuchtungskosten und Beheizungskosten. Also insofern muss man hier schauen, wie kann man das Überleben der Vereine nach der Pandemie, da ist uns einiges gelungen, aber jetzt auch in der Teuerungskrise und in der Energiekrise, das Überleben des Sports auch ermöglichen. Jetzt wissen wir ganz genau, österreichweit gibt es rund 15.000 Vereine, ich glaube 67 Verbände, die jetzt mit diesen Maßnahmen zu kämpfen haben. Wenn man nichts tun würde, hat man dann auch schon so prognostiziert, welches Szenario sich dann zeigen würde in Österreich, wie viele Sportstätten dann realistisch gesehen wirklich schließen müssten? Also es werden sehr viele Sportstätten sein. Wir haben immer mehr Rückmeldungen, dass manche Vereine sagen, das sind gemeinnützige Vereine, die dürfen gar keine Rücklagen haben. Und wenn die Energiekosten explodieren, dann haben die das Problem, wie bezahlen wir das? Also können sie nicht aufmachen, wirken sie einfach verantwortungsvoll, mit dem Nichtvorhandenen umzugehen, das ist nicht finanzierbar. Also insofern gibt es dann wieder so, wie während der Pandemie, während des Lockdowns, die psychischen und physischen Erkrankungen nehmen zu, die Österreicher nehmen an Gewicht zu, an Blutzucker zu, die ganze Gesundheitssituation in der Republik wird schlechter. Wir wissen, dass jedes Kind eine Stunde Bewegung pro Tag machen soll, laut WHO. Auch das kann nicht in diese Richtung weiterentwickelt werden. Das heißt, es erleidet die Gesundheit der Menschen Schaden. Das wollen wir nicht. Und der Gesundheitsmotor in Österreich ist eigentlich der Sport. Und wenn man den einschränkt, dann bricht eben ein Teil dieses Gesundheitsmotors weg. Und damit steigen die psychischen und physischen Erkrankungen. Ist in meinen Augen dann auch ein schlagkräftiges Argument, um vielleicht auch bei den Geldgebern oder bei denen, die auf die Energiebremse dann auch erdrücken, gehört zu werden. Ist das für Sie auch ein Argument, wo Sie sagen, das zählt für einen Politiker genauso wie für einen etwas ärmeren Menschen, dass Sport einfach notwendig ist, um eine gesellschaftliche Balance aufrechtzuerhalten? Es muss grundsätzlich ins Bewusstsein der Österreicherinnen und Österreicher noch stärker hineinkommen, dass Sport einen sehr wichtigen Stellenwert hat. Vor allem, was die Gesundheit betrifft, was die Bewegung betrifft. Also insofern denke ich, dass natürlich die Politik gefordert ist, die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir wissen auch aufgrund einer wissenschaftlichen Studie, dass der Sport dem Gesundheitswesen 540 Millionen Euro erspart. Also die Kosten sind niedriger, weil die Österreicher Sport betreiben. Und wenn wir den Sport einschränken, dann erspart sich natürlich das Gesundheitswesen deutlich weniger. Also muss ich im Sport investieren. Jede Investition in den Sport ist ein Mehrwert für unsere Gesellschaft. Und das müssen wir ins Bewusstsein hineinbringen. Und vor allem, ich war bei den Gesundheitsministern der letzten Jahre und habe auch auf die Verbindung Sport und Gesundheit verstärkt hingewiesen. Es gibt skandinavische Länder, die nehmen einen Promillsatz vom Gesundheitswesen für den Sport und können damit im Bereich der Prävention sehr, sehr viele sportliche Aktivitäten organisieren. Von der täglichen Bewegungseinheit in den Schulen bis hin zu Sport für Erwachsene bis hinein ins hohe Alter der Pensionistinnen, der Senioren. Und ich glaube, da muss man weiter daran arbeiten, dass man den Sport finanziert. Immer auch wissend, das rechnet sich. Das rechnet sich für unsere Gesellschaft. Das rechnet sich für die Gesundheit. Das sorgt auch für entsprechendes Wohlbefinden. Von welcher Geldsumme könnte man da möglicherweise sprechen? Denn es soll sich ja nicht letztendlich auf denjenigen auswirken, der vielleicht einen Tennisplatz bucht und dann vielleicht das Dreifache zahlen muss. Sollten wahrscheinlich die Preise gleich bleiben wie vorher. Also inwiefern erwartet man sich da auch die Unterstützung in finanzieller Hinsicht? Also ich denke, man muss auf verschiedenen Ebenen denken. Das eine ist die aktuelle Situation der Verteuerung. Und da kommen wir zu einer ganz wichtigen Frage, nämlich die soziale Verträglichkeit. Gibt es soziale Barrieren für den Sport? Können sich manche Menschen den Sport nicht mehr leisten? Können manche mit ihrem Kind nicht schwimmen gehen? Beziehungsweise das Kind kann nicht schwimmen lernen? Oder andere Tennisspielen gehen? Oder andere Sportarten betreiben? Weil ganz einfach die Mitgliedsbeiträge zu hoch sind. Bleiben jetzt die Hallen geöffnet? Gibt es keine Unterstützung? Dann kostet eben die Stunde, wenn der Verein dort eingemietet ist, das Dreifache oder Vierfache. Das wird wieder umgelegt auf die Mitglieder. Und genau darum geht es. Nämlich auch die sozialen Barrieren nicht aufzubauen. Sport muss für jedem zugänglich sein. Weil der Sport jedem Einzelnen und der gesamten Gesellschaft sehr, sehr viel bringt. Auch im Bereich der Integration und eigentlich in allen Lebensbereichen ist das sehr, sehr wichtig. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, haben viele Argumente auch dem Sportminister, den Vertretern der Bundesregierung geliefert. Und jetzt ist die Bundesregierung am Zug und müsste auch liefern und gute Rahmenbedingungen für den Sport schaffen. Der Breitensport steht mit Sicherheit im Vordergrund. Aber auch im Leistungssport geht es natürlich darum, jungen Persönlichkeiten, die vielleicht in der Lage sind, professionell erfolgreich sein zu können, in ihrer Zukunft Rahmenbedingungen zu geben und vor allem die Entwicklung nicht zu stoppen. Wie wichtig ist Ihnen auch dieser Fokus, dass man leistungsorientierte Sportler fördert und keine Unterbrechung quasi inszeniert? Wir brauchen beides. Wir brauchen den Spitzensport, wir brauchen den Breitensport. Wir brauchen alle Möglichkeiten, dass junge Menschen, die Sport betreiben wollen, dass es ihnen Spaß macht, die Möglichkeit geben, auch Erwachsenen. Aber wir sollen auch junge Menschen die Möglichkeit geben, sich zum Spitzensport zu entwickeln. Nämlich entsprechende Ausbildung im Sport zu machen, über das normale Maß von einer Stunde gesund Sport zu betreiben, sondern auch Leistungssport zu betreiben. Und Leistungssport hat natürlich schon das Wort Leistung in sich, wo man Leistung erbringt, wo man sich mit Besseren misst, wo man intensiver vielleicht auch trainiert, wo man drei, vier Mal in der Woche zum Training geht und das weiterhin steigert. Also das gehört natürlich auch dazu. Das ist mir auch ein großes Anliegen, weil die Spitzensportler, das wissen wir ja, große Vorbilder für Kinder, Jugendliche sind und für den Breitensport sind. Wenn wir international im Tennis sehr erfolgreich sind, dann wirkt sich das positiv auf den Tennissport aus. Wenn wir national und international sehr erfolgreich sind im Fußballsport, im Volleyballsport, in allen Sportarten, im Schwimmsport, dann wirkt sich das motivierend aus auf die Menschen, um selbst aktiv zu werden, um diese Sportart auch zu betreiben. Und deswegen brauchen wir beides. Aber wir brauchen auch, und das sage ich auch ganz bewusst, eine Anhebung der Sportförderung, die seit zehn Jahren unverändert geblieben ist. Diese besondere Sportförderung von 80 Millionen ist unverändert. Und da haben wir auch alle Unterlagen den Vertretern der Bundesregierung geliefert und sind überzeugt davon, dass das auch so gesehen wird, dass es eine deutliche Erhöhung braucht, damit eben nach zehn Jahren der Breitensport, der Spitzensport entsprechend gefördert, unterstützt wird, dass die Rahmenbedingungen für die Dach- und Fachverbände verbessert werden und dass die Angebote, und das ist das Entscheidende für die Österreicherinnen und Österreicher, nicht reduziert werden müssen, sondern wir müssen schauen, wie können die Menschen mehr Bewegung machen. Die Vielfalt des Sport bietet jeden einzelnen Österreicher die Möglichkeit, nach seinem Talent, nach seinen Vorstellungen, nach seiner Sympathie, Sport zu betreiben. Und wie gesagt, das kostet etwas, aber es bringt mehr. Sportförderung haben Sie auch genannt, wo man ein Kontingent pro Jahr zur Verfügung gestellt bekommt, was Ihrer Meinung nach nicht mehr ausreichend ist. Sie haben gesagt, die Gespräche laufen, die Papiere liegen mehr oder weniger auch schon am Tisch. Von welcher Summe sprechen wir da? Von welchem prozentuellen Anstieg, den Sie sich vielleicht auch erhoffen? Also wir haben in den letzten zehn Jahren unverändert 80 Millionen Euro an Sportförderung bekommen. Wie gesagt, der Sport bringt dem Gesundheitswesen 450 Millionen. Also insofern ist hier auch das in Relation zu setzen. Nämlich jede Investition in den Sport bringt viel für die Gesundheit. Und deswegen denke ich, dass wir über Summen zwischen 120 und 130 Millionen reden sollten, wo eben die Vereine die Möglichkeit haben, entsprechende Investitionen zu tätigen, um das Sportangebot noch weiter einerseits zu erhalten, andererseits zu attraktivieren und auch nachzudenken, wie man vielleicht die Sportförderung dort und da verändert. Ich glaube, da ist jetzt auch eine Evaluierung notwendig. Und ich persönlich bin der Meinung, und das werden wir vielleicht auch noch diskutieren, dass man von diesen Förderwesen abgehen sollte und Leistungsvereinbarungen mit dem Sport auch machen sollte. Nämlich der Sport leistet sehr viel in verschiedensten Bereichen. Und das soll in entsprechender Form auch entschädigt werden. Also Leistungsvereinbarungen auch für den Sport, das wäre ein neuer Weg. Den Förderungen fühlen sich manche als Bittstellers. Und der Sport kann durchaus selbstbewusst sagen, wir bringen unserer Gesellschaft weit mehr, als wir bekommen. Und unsere Leistungen in entsprechender Form abzudecken, das wäre auch ein interessanter Weg, den man durchaus intensiv diskutieren sollte. Um das Thema vielleicht noch mal abzurunden, diese Summe von 80 Millionen, glaube ich, die pro Jahr da zur Verfügung gestellt werden, das läuft schon über zehn Jahre. Ihr Meinernach kommt jetzt eine Veränderung, die hoffentlich eingeleitet wird. Zu spät hätte man da vielleicht schon früher erkennen müssen, dass was passieren muss? Ja, natürlich kann man sagen, wenn zehn Jahre die Förderungen nicht verändert werden, da hätte man vorher auch schon was machen können. Das ist natürlich richtig. Es resultieren daraus im Sport natürlich auch Probleme. Denn man kann sich vorstellen, dass der eine oder andere Verband natürlich schon sehr an der Belastungsgrenze steht, an der finanziellen Belastungsgrenze, dass es unzufriedene Verbände gibt. Denn das System ist auch so, dass natürlich Leistung honoriert wird. Dazu stehe ich, denn im Sport ist Leistung ganz, ganz wichtig. Und manche Verbände, die sehr erfolgreich waren, haben sehr viel Geld, also mehr Geld bekommen. Auf der anderen Seite gibt es Verbände, die durchaus auch im Breitensport sehr erfolgreich waren, aber die haben dann weniger bekommen, weil eben die 80 Millionen limitiert sind. Und daraus resultiert natürlich auch eine gewisse Unzufriedenheit. Und diese Aufstockung, glaube ich, ist sehr wichtig. Aber ich möchte auch eines noch dazu sagen. Wir haben aber zusätzlich zu diesen 80 Millionen in den letzten zwei Jahren 220 Millionen zusätzlich ausverhandelt für den Sport. Nämlich über den MPO-Fonds. Die Vereine haben keine Einnahmen gehabt durch die Lockdowns, durch das Aussperren der Zuseherinnen und Zuseher. Und dieser Verdienstentgang, dieser Einnahmenentgang ist sowohl bei den Profivereinen als auch bei den Amateurvereinen im Sport abgegolten worden. Da haben wir, glaube ich, durchaus gut mit den Vertretern der Bundesregierung verhandelt. Denn das ist auch international herzeigbar, was hier von Seiten des Staates dem Sport zur Verfügung gestellt wurde. Also insofern muss man schon auch diese nicht unwesentliche Summe, muss man sagen, sehen, die durch Einnahmenverluste natürlich auch entstanden ist. Und ich muss auch eines noch dazu sagen. Bei den Abrechnungen habe ich nicht gehört, dass es da in irgendeiner Form Probleme gegeben hat. Also da gibt es keine Rückförderung. Das wurde sehr transparent und ordentlich, wie sich das im Sport gehört, auch abgerechnet. Also insofern ist einiges passiert. Wir haben 9 Millionen auch zusätzlich bekommen für den Verlust an Vereinsmitglieder, um Vereinsmitglieder wieder zurückzuholen. Wir haben 6,5 Millionen zusätzlich bekommen für die tägliche Bewegungseinheit, für die Pilotregionen, die jetzt in ganz Österreich, in jedem Bundesland starten. Also insofern hat es doch auch während des Lockdowns viel Arbeit gegeben, um das Überleben der Vereine auch zu sichern. Also nicht nur negative, sondern auch positive Aspekte, die man dem Staat Österreich im Zusammenhang mit dem Sport durchaus zusprechen kann. Bevor wir auf den Tag des Sports zu sprechen kommen, noch der Skisport, der in Österreich eine besondere Bedeutung genießt. Ich glaube, jeder Österreicher, zumindest die, die im Westen zu Hause sind, gehen regelmäßig Skifahren. Allerdings wird Skifahren immer teurer und durch die Beschneiung der Skipisten und auch noch zusätzlich Liftanlagen etc. entstehen natürlich noch höhere Energiekosten. Haben Sie da die Befürchtung, dass wir vielleicht von Oktober bis März nicht durchgehend Skifahren können? Also der Skisport ist ein wunderschöner Sport, auch ein Volkssport in Österreich. Er ist ganz, ganz wichtig für die sportliche Betätigung der Österreicherinnen und Österreicher, der jungen Menschen. Und natürlich gibt es Herausforderungen. Wir sind aber auch hier Sport Austria dabei, mit der Wirtschaftskammer gemeinsam doch ein Konzept zu entwickeln, wie wir Schulskikurse unterstützen können. Wie wir hier auch die Pädagoginnen und Pädagogen unterstützen können, die Schulskikurse organisieren. Wir wollen hier, dass wieder mehr Schulen auf Skikurs fahren. Und natürlich hat der gesamte Sport, zahlt ca. 8 Milliarden Euro an Steuern in Österreich. Und der Wintersport ist einer der großen, auch Steuerzahler in Österreich. Und es sind im Sport 450.000 Menschen beschäftigt. Und da sieht man auch ein wesentlicher Teil im Wintersport. Also insofern hat der Wintersport einen großen Stellenwert für die Gesundheit, für die sportliche Betätigung und natürlich auch im gesamten wirtschaftlichen Bereich. Da kommen viele Einnahmen herein, eine große Wertschöpfung auch. Es ist gut für die Wirtschaft, es ist gut für den Tourismus und deswegen müssen wir alles sparen im Bereich der Energie. Also da wird sich der Wintertourismus natürlich auch Gedanken machen, wie können wir Energie einsparen. Der gesamte Sport muss sich Gedanken machen, wie kann man Energie einsparen, das ist gar keine Frage. Wie kann man ökologischer auch den Wintersport betreiben? Wie kann man nachhaltiger den gesamten Sport betreiben mit Einsatz erneuerbarer Energie, z.B. mit Wärmepumpen? Wir haben ja tausende Gebäude in Österreich, die man durchaus ein bisschen besser Wärme nehmen kann, dass man Photovoltaikanlagen errichten kann, einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Wir bekennen uns dazu, dass auch der Sport in diese Richtung denkt und handelt. Auf unterschiedlichen Ebenen muss man also sportlich handeln, um auch hier gewisse Dinge gewährleisten zu können. Beim 21. Tag des Sports, der im Prater am Samstag ausgetragen wird, da geht es wahrscheinlich um die Begeisterungsenergie verschiedenster Vereine, um vielleicht jemanden dazu zu bewegen, diese Sportart dann auch auszuführen. Gibt es irgendwelche besonderen Dinge, auf die man sich freuen kann? Neue Sportarten, neue Stationen? Also grundsätzlich muss man sagen, dieser Tag des Sports ist ein Fest des Sports. Da kommt die ganz große österreichische Sportfamilie zusammen. Da gibt es Spitzensportler, die dort sind, wie z.B. der Matthias Mayer, wie z.B. die Frauen des Fußball-Nationalteams und viele, viele andere. Da sind viele aktive Sportlerinnen und Sportler dabei und da werden alle Sportarten, alle Dachfachverbände, der Heeresportverein, die Sportlerinnen und Sportler des Innenministeriums vertreten sein. Wir rechnen bei gutem Wetter mit einem sehr großartigen Besuch. Und man kann praktisch alle Sportarten dort entweder beobachten, teilweise selbst auch ausüben. Und es soll dieses Fest des Sports der österreichischen Sportfamilie dazu dienen, dass man Lust auf Sport macht, dass man sagt, hey, da habe ich wieder was gesehen. Eigentlich sollte ich auch mich etwas mehr bewegen. Diese Sportart schaue ich mir genauer an. Ich schaue, gibt es bei uns einen Verein, wo ich das machen kann, wo ich hier dabei sein kann. Also insofern glaube ich, ist das der Sinn und das wird sehr, sehr gut angenommen. Wir freuen uns auf den Tag des Sports. Auch gemeinsam mit dem Vizekanzler werden wir Dutzende Sportlerinnen und Sportler ehren und auszeichnen. Ich werde das auch im Bereich des Innenministeriums machen. Also wir werden den ganzen Tag unterwegs sein, um auch den Sportlerinnen und Sportlern Respekt auszusprechen. Respekt, Dank und Anerkennung aussprechen für ihre Leistungen, für ihren Einsatz, für ihre Sportart, aber teilweise natürlich auch für die Republik Österreich. Das sind auch Botschafter unseres Landes. Ein breit gefächertes Programm, was uns erwartet. Und das in Kombination mit sehr niedrigem Energieaufwand. Herr Niesl, besten Dank für den Besuch hier bei uns im Studio. Gerne. Das war also ein Einblick in das aktuelle Geschehen des Sports. Ein harter Winter steht bevor mit hohen Energiekosten. Man fordert seitens der Bundessportorganisation Sport Austria, aber auch der Sportunion und zahlreichen Sportverbänden eine Preisdeckelung, um auch hier über den Winter vor allem Tennishallen, Hallenbäder und so weiter betreiben zu können. In der Zwischenzeit können Sie auf krone.at auf dem Laufenden bleiben. Und Herr Niesl und ich werden uns mit Sicherheit in ein, zwei Monaten wieder zusammensetzen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.